Hallo zusammen, heute möchte ich mit euch ein wenig Grundlagenarbeit machen, grundsätzlich die Gelenke zu öffnen. Es kann sein, dass es ein bisschen schmerzend ist, aber es lohnt sich, das mitmachen, das Training mitzumachen. Es gibt dir einfach die Möglichkeit, nachher offener, kräftiger zu sein. Wir fangen an mit den Füßen. Dafür setzen wir uns einfach auf die Ferse, die Zehen aufgesetzt und stellen einen Fuß auf, du sitzt auf einer Ferse. Es kann sein, dass es hilft, so ein bisschen die Zehen zu bewegen oder den Fuß zu bewegen. Es kann sein, dass die Zehen ein wenig Schmerzen dabei, aber die werden damit einfach ein bisschen beweglicher. Dann wechselst du die Seite. Ich wechsle die Bewegung dazwischen. Schauen wir uns das nicht an. Einfach nur zählen. Solltest du das nicht aushalten, was du können, machst du einfach eine kleine Pause zwischenzeit und versuchst dann wieder reinzugehen. Mit der Zeit wird das besser werden. Jetzt passiert dann auch meistens nichts mit den Zehen. Eigentlich passiert nichts. Okay, dann gehst du da raus. Dann die erste Seite. Setz mal die Füße lang, wieder einen Fuß auf und setz dich auf den langen Fuß. Schau, dass dein Fuß nicht so wegknickt, sondern dass er einigermaßen gerade ist. Solltest du noch mehr seinen Strang. Und dieses, dass es einfach bedehnt wird, streckt wird. Und du kannst dir auch so etwas wie eine Stoppohr dazulegen, um einfach noch ungefähr ein Teil mitzuhaben. Und dann die andere Seite. Darauf achten. Es kann sein, dass es hilft, so kleine Bewegungen zu machen mit den Beinen, mit den Sehens, mit dem Fuß, mit den Zehen. Du kannst dann irgendwann jede Bewegung bzw. jede Übung, jede Praxis noch eine Minute ausdehnen. Ausdehnen. Okay. So, die Füße. Jetzt gucken wir uns die Hände an. Lass uns erstmal die so ein bisschen aufwärmen. Dafür lass die Finger locker und zieh mal die Handrücken ran. Ob du sitzt oder steht, ist jetzt gar nicht so wichtig. Wenn du sitzen kannst, dann bleib einfach sitzen. Zieh schön die Handrücken ran. Den Handrücken so herangezogen. Den ranziehen, ranziehen. Und die Finger versuchen locker, dann machen sie sich automatisch zu sanften Fleusten. Das können wir ruhig mit beiden Händen. Das machen wir jetzt nicht. Zwei, zwei, zwei. Wenn das Sitzen für dich unbequem ist, weil wir werden das gleich nochmal machen, dann mach das Ganze ruhig im Stehen. Das ist gar kein Problem. Wir werden nun so gleich draufstehen. Und dann lass die locker und jetzt lass die Finger wieder locker und zieh mal die Handteller ran. Versuch den Handteller Richtung Unterarm zu ziehen und nach unten zu ziehen. Es kann sein, dass der Unterarm so ein bisschen Schmerz ist. Sollte er sich sanft verkrampfen, dann musst du ein bisschen rausgehen und wieder reingehen. Erstmal, es ist zwar eigentlich eine Haltung, aber manchmal erhöht es das Ganze auch. Dann, bevor wir nach unten gehen, kommen wir einfach zum Stehen. Und lass uns die Mitte, die Hände auf das Becken, lass die Knie sanft locker und du kippst dein Schambein nach oben oder dein Beckenkamm nach hinten. Lass uns vom Beckenkammer jetzt mal ausgehen, dein Beckenkamm nach hinten und das Schambein nach oben ziehen. Und wenn deine Knie so ein bisschen locker sind, also nicht gestreckt sind, dann ist dein Becken flexibler und schön vielleicht noch ein bisschen mehr hochziehen. Und das Ganze in die andere Richtung. Den Beckenkamm nach vorne bzw. dein Kreuzbein hinten hoch. Nicht den Brustkorb betonen, sondern nur die Aktion kommt nur im Becken aus. Okay. Dann die Arme mal zur Seite. Dann kommen wir uns die Schultern und die Unterarme und Oberarme an. Du drehst die Handflächen nach oben und du ziehst die Schultern hinten runter dabei. Nicht den Brustkorb betonen, sondern einfach mit den Schultern hinten runter. Und du nimmst die kleinen Finger nach oben und ziehst die kleinen Finger nach oben. Das wird so ein bisschen deine Schultern hinten runterziehen. Ich nehme die Schultern nach hinten runterziehen, runterziehen, runterziehen. Atmen dabei und die Schultern hinten runterziehen. Die kleinen Finger gehen hoch. So kommst du in so eine sanfte Spiralbewegung. Die Ellenbogen können auch so ein bisschen was dabei tun. Okay. Dann dreh die Handflächen nach unten und dreh die Handflächen weiter. Und die Schultern nach vorne. Die Schultern nach vorne nehmen und vorne runter. Die Arme bleiben oben. Der Kopf ist locker und die Schultern ziehen und der Daumen geht hinten hoch. Und dreh dich so ein bisschen nach außen. Diese Bewegung nach außen. Nicht die Schultern Richtung hochziehen. Schön vorne runterziehen. Und atmen. Die Daumen, die Schultern. Die Arme zur Seite. Arbeite von den Händen auch. Das ist die Hände. So arbeiten deine ganzen Arme nicht nur die Schultern. Und zurück. Okay. Als nächstes gucken wir uns den Hals an. Den Nacken. Dann fängst du jetzt mit dem Hals. Mit dem Hals nach vorne. Und dann mit dem Kopf nach unten. Und jetzt schau es zwischen die Füße. Dass den Hals nach vorne gehen. Weiterhin. Den Hals nach vorne. Den Kopf knicken. Hals. Kopf. Schultern ein bisschen runter. Atmen. Das Ganze kann auch genanmisch gemacht werden. Aber wir versuchen vielleicht auch mal das Ganze statisch zu machen. Für den Hals. Den Kopf. Vorbereitung. Für den Nacken. Für den Flug. Für den Schulterstand. Und heben. Und das Gleiche. Schultern ein bisschen nach vorne. Und den Nacken nach hinten. Und den Kopf. Und die Schultern wieder groß lassen. Den Nacken nach hinten. Den Kopf klappen. Wie weit das geht. Das ist gar nicht so wichtig. Es wird mit der Zeit noch besser werden. Nacken. Kopf. Du musst es am Hals merken. Du kannst dir auch helfen lassen. Du kannst dir auch helfen lassen. Dass dir einer hilft. Dass du deinen Kopf besser loslassen kannst. Dass dein Nacken weicher. Dein Hals weicher wird. Schön den Nacken nach hinten. Den Kopf. Und vom Hals her heben. Und den Kopf. Dann gucken wir uns die Seiten an. Du bist nach rechts runter. Schiebt dabei sanft in deinen linken Fuß. Und knickt euch ab. Das ist langsam. Der linke Fuß. Kommt das Becken wieder so ein bisschen in die Mitte. Den linken Fuß verlängern. Den linken Bein verlängern. Und zur Seite gehen. Gar nicht hier runter ziehen. Eher so. Dass du merkst die Dehnung. Du hängst dir sanft rein. Und zur Seite. Lass die Schultern nicht hoch gehen. Lass die Schultern nicht hoch gehen. Lass die Schultern fallen. In das rechte Bein strecken. In die Ferse. Lass die Schulter. Kann ich in den Vorderfuß. In die Ferse. Und verlängern. Es wird irgendwann irgendeine Seite immer ein bisschen besser gehen. Es wird irgendwann irgendeine Seite immer ein bisschen besser gehen. Auskommen. Die Beine so ein bisschen reinklicken. Es geht nicht um den unteren Rücken. Und es geht jetzt um die Brustgeräusche. Die rund werden zu lassen. Schieb sagt deine Schmerzen nach vorne. Das Becken ein bisschen nach vorne schieben. Schultern hängen. Schultern hängen. Schultern hängen. Arme hängen. Aufrichten. Und dann den Brustkorb heben. Gar nicht von unteren Rücken. So da reinfallen. Versuchst stabil hier zu bleiben. Aber versuch dein Brustbein zu heben. Den Kopf kannst du halten. Hängen kannst du aber auch noch hinten pfeilen lassen. Weil es aber automatisch dazu führen wird, dass du hier bist. Und dann versuch das Brustbein ziemlich die Länge heben würdest. Zu heben. Zu heben und zu heben. Die Schultern sind locker. Die Arme sind locker. und das große Bein. Kann sein, dass es auch hier merkt. Immer die Devise, wenn es zu viel wird, gehe rein und voraus. rein und los. Und bau das Statische langsam auf. Dann, einfach etwas gedrehtes. Das heißt, du schiebst dein Becken, dein linkes Becken nach vorne. Und deine rechte Schulter, deinen rechten Arm nach hinten. Den linken Arm auch nach hinten. Und nur wieder das Decken, sodass du drehst in der Brustbein. Nicht von den Beinen. Die linke Hüfte geht nach vorne. Und der linke Arm zieht nach hinten. Der rechte Arm zieht zu dem Atmen. Und der Kopf kann so sein, nach vorne. Du kannst aber auch zu der linken Hand hinschauen. Immer die linke Hüfte. Den linken Arm. Immer wieder an die Hüfte. Die zu stabilisieren. Und... Ja, du gehst da rein. Linker Arm. Rechter Arm. Und drehst die Hüfte wieder über. Das Becken über die Füße. Nicht sowas. Gerade bleiben. Oder du kannst die Knie auch ein bisschen locker machen. Sodass du dein Becken besser nach vorne schieben kannst. Eine rechte Beckenhälfte. Und den Arm nach hinten. Du wirst es merken. Hier in dem Bereich. Hier. Den Kopf. Der kann ruhig gerade sein. Aber für den einen oder anderen hilft es zu der Hand zu schauen. Um sich besser aufzudrehen. Um sich besser aufzudrehen. Und zurück. Zurück. Okay. Gehen wir nochmal nach unten. Und diesmal mit den beiden Füßen die Zehen aufgesetzt. Und dich einfach nach hinten setzen. Die Zehen. Es geht um so ein gewisses Halten. Damit die wieder mobil werden. Nicht nur einfach in den Schuhen stecken. Es geht um so ein wenig tragen zu können. Es dauert noch Zeit. Weil wir fast immer in den Schuhen rumlaufen. Die meisten Menschen. Jetzt lassen wir die Füße kurz ruhen. Du gehst auf eine Faust. Streckst in die Hand die Finger. Bringst den Handrücken an den Boden. Und streckst den Arm. Und drehst jetzt die Ellenbeuge nach vorne. Und versuchst jetzt in den Arm zu verlängern. Die Schultern weg von den Ohren. In die Finger strecken. Das fühlt sich in der Handlenkung abgemacht. Und atmen. Du hast also ein bisschen auf deinen Rücken. Dass du nicht verkrankst. Dass du nicht so sehr das Becken kippst. Nicht den Bauch nach unten fallen lässt. Schön den Arm verlängern. In den Boden. Schön in die Finger strecken. Die Ellenbeuge nach vorne drehen. So dass du in so eine Rotation kommst. Die Spiralbewegung. Finger strecken. Gib dir Spannung eine Richtung wo sie hinfließen soll. In die Finger. In den Arm. Und nicht im Handgelenk bleiben soll. Und gehst du raus. Machst du eine Faust. Und belastest diese Faust. Dann geht die Spannung raus. Dann die andere Hand. So auf diesem Arm steht. Und die andere Hand. In die Finger strecken. Ellenbogen. Nach vorne drehen. Und den halben Rücken. Wieder. Wieder den unteren Rücken. und die Füße lockere. Steht auf den Knien. Und abniss. So wird dir deine Handgelenke öffnen. Problem oftmals auch mit den Schultern und den Nacken. Mit dem Unterarm. Können gehen. Am Anfang kann das sein, dass das sehr schmerzbar ist. Besonders mal zurückkommen. Schön belassen. Die Faust. Direkt auf die Faust. Und belassen. Dann geht diese Spannung aus dem Handgelenk heraus. So. Dann. Die Füße lang. Gucken lassen wir die Handgelenke kurz oben. Die Füße lang. Und du gehst nach hinten. Und du stützt dich auf die Arme. Und versuchst die Füße zu strecken. Wie weit du die Knie behoben bekommst. Oder ob du sie gar nicht proben bekommst. Am Anfang. Es geht darum, den Spann zu folgen. Die Zehen zu folgen. Grundlagen zu schaffen, dass sie zu sparen einfach die Länge generieren. Nimm eine Stellung rein, die du auch eine Zeit lang halten kannst. Die Gäste. Die Gäste. Die Gäste. Die Gäste. Okay, nochmal eine Hände, dafür spreize die Finger ein bisschen auf, das sie zu dir zeigen, das können wir mit beiden Ecken machen, hier mit dem Gesäß so ein bisschen nach hinten, sodass du die Spannung in den Handgelenken verspürst und knipp die Arme ein. Versuch die Arme nicht durchgestreckt zu halten, sondern versuch die Ellenbogen so noch eingeknickt zu halten und in so eine Vorspannung zu gehen, also in eine Spannung zu gehen, die ertragbar ist. Ellenbogen bleiben, angeknickt. Atmen. 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 Okay, wir kommen nochmal hoch und dann gucken wir uns die Fußgelenke an, man kann in den Vorwärtsbau kommen und du versuchst die Füße nach außen zu kippen, so dass du merkst, dass deine Außenfußgelenke gedehnt werden. Das kann auch so, man kann das auch am Stehen machen, vielleicht habt ihr auch einen Stuhl vor euch und haltet euch kurz so, dass ihr merkt, ihr könnt das ganz gut ertragen und atmen. Okay, dann wieder nach innen, die Knie ruhig auf und versuch die Beine zu strecken. So, das ist diese Innendehnung, ruhig die Kurschenkel so ein bisschen angespannt und die Füße nach innen. Aber nach innen. Ihr könnt also auch in der Vorwärtsbeuge, das war jetzt nur zum Zeilen, hier im Stehen versucht, einfach hier an die Dehnung von der Innenflucht zu kommen. Den Dauch, großen Zeh so ein bisschen betont. Okay. So, jetzt lass uns die Finger ruhig mal so ein bisschen dehnen. Einfach mal durchgehen. Ich sehe, dass du die Finger mit der anderen Hand mal den Abstand zwischen den Fingern dehnst. Das weiche auch mit der anderen Hand durchstrecken. Die Finger. Zwischen Daumen und Zeigefinger mal verlängern. Zwischen Daumen und Mittelfinger. Daumen und Ringfinger. Du kannst die anderen Finger wegnehmen auch. Kannst überhaupt dazunehmen. Und daumen und Kleinfinger. Und dann mal alle gegeneinander drücken. Atmen. Mal die Endpunkte dieser Handlungsorgane. Arme. Nämlich die Finger. Wenn diese Gelenke nicht so benutzt werden. Dann hängt es auch an den Unterarm. Weil da hängen ja die Finger dran. Wir bewegen die Finger eher tendenziell an den Unterarm. Okay. Macht mal Fäuste. Klickt diese Fäuste ein. Und dann lasst uns die Finger strechen. Und mal die Hand in den Kreis drehen. Schön. Die einzelnen Finger. Die einzelnen Finger. Und dann mal Fäuste machen. Und dann lasst das andere Hand. Strich denn. Von den kleinen Fingern. Zwei Finger down. Ah, sehr schön. Hier sehr schöne Geräusche. Okay. So. Dann gehen wir mal ein bisschen im Sitzen von diesen vier Füßen. Reiz deinen Finger aus und dann drück die Schulter nach unten, die Hände in den Bogen und versuch mal deine Knie zu heben. Und du drückst mit den Händen und den Füßen in den Boden und gibst das Becken aus dem Rückholz. Und lass die Knie nur ein bisschen spät. Schön aus den Schultern herausrücken. Und den ganzen Körper. Becken. Locker. Geh nach hinten mit dem Gesäß und streck mal die Arme. Wir werden strecken, strecken, strecken. die Schultern zu den Ohren. Und in die Fersen strecken. Und den Hals nach vorne, den Kopf. schau in Richtung Bauch. Und den nach unten schau in den Mund. Und versuch mal die Ellenbogen, die Ellenbeugen, nach über innen, so als wenn du sie nach vorne drehen wolltest, bis zum Schauer. Das ist schon so, ich kann das nicht nach vorne. Gesäß. Mühle, nach unten. Das ist schon. Das ist schon ein Zumalgas. Die Schulter, die uns nicht über das runtergeicht. Das ist wirklich gut. Und zurück in den Fersen, Sitz. Und dann wollen wir die Rückseite von dem Bein mal kräftigen. Dafür schiebst du dein rechtes Knie nach vorne und deinen Lenkenfuß ziehst du ran. Dann müsste das hier im unteren Oberschenkel ankommen. Schieb das Knie nach vorne und zieh die Knie gleichzeitig ran. Und nochmal an. Spür, wie du hier beim Bizeps arbeiten musst. Schöne Knie nach vorne. Dann das Becken locker. Tendenziell, das Becken kam so ein bisschen nach hinten, also aus dem Hochkreuz heraus. Vielleicht spürst du jetzt auch so einen Hüftbeuge, wenn du das Becken aus dem Hochkreuz nimmst, und das Knie nach vorne schieb. Und die Ferse ran ziehst, weiter ran ziehen. Zieh, zieh, zieh. Und nach vorne schieben. Okay. Laufkommen. Und jetzt mit der Seite. Und wieder die Fersen nach hinten, das Knie nach vorne, das Becken aus dem Hochkreuz. Und an. Schön den Zug beibehalten. Und an. Grundlagen. Es geht jetzt hier nur um Grundlagen zu schaffen. Schön die Ferse nach hinten, das Knie nach vorne, das Becken aus dem Hochkreuz. Spür. Du kannst dir auch mit den Händen mal ruhig da dran fassen. So merkst, dass dieser Muskel aktiv oder wie er aktiv wird oder ist. Das Knie nach vorne. Und atmen. Lass den Atem ruhig fließen. Die Ferne auch rass. Denk gut nach vorne. Der Hände. Erste nach hinten. Und den Händen. Becken. Das. Und die Hände. Das. Die Hände. Und die Hände. Nach oben, ein bisschen Gleichgewicht, drückt man mit dem rechten Fuß in den Boden, geht da rein, lasst das Knie locker werden, Druck machen in den Boden und dann macht das Ganze mal auf der anderen Seite. Ich schiebe, dann nehme ich das linke Bein, ich nehme das Bein ein, lass dich so ein bisschen schwerer und dann drückt mit dem Fuß in den Boden, dass du dich damit hebst. So, dann wechseln wir nochmal auf den rechten Fuß und Druck machen in den Boden. Wir konzentrieren uns, du hebst den linken Fuß, du konzentrierst dich darauf, dass du Druck machst in den Boden. Versuch mal hier zu verlängern und es ist von Vorteil, sich ein wenig, den Kopf ein bisschen, also den Blick und nicht so fixierend auf einen Punkt zu gehen, sondern dass du wirklich in den Boden verlängst, dich die Konzentration eher in den Boden geht, als dass du dir irgendeinen Punkt suchst, wie das sehr oft gezeigt wird. Versuch mal eher aus deiner Mitte in den Boden zu gehen, diese Länge in den Boden zu machen. Und dann sitzt du den linken Fuß auf, schieb dein Gewicht drüber, linken Fuß in den Boden schieben und nochmal wechseln, mit dem rechten. Und dann gehen wir wieder in die Statik, linke Fuß drückt diesmal, rechts Bein sagt eingeknickt, das kann auch gestreckt sein, das ist nach vorne, nach hinten, was auch immer, was für dich bequemer schon. Und Länge machen und wieder den Blick durch den Raum, dir keinen Punkt suchen, sondern eher aus der Mitte heraus in das Bein zu verlängern. Atmen. Okay. Okay. Die Unterarme, die Rotation in den Unterarm. Du bringst die Arme übereinander, in dem Fall wir in der rechten Oben bringen die Finger sehr ineinander, nehmen wir ruhig die Zeit und gehen mal so ein bisschen hin und her, sobald es so von den Armen her hin und her gehen kannst. Und dann drehe die Arme rein und du gehst jetzt nach oben, um die Arme nach vorne zu strecken. Das wird jetzt dein Unterarm gutieren, du musst den Oberen. Und dein Handlenk. Atmen. Und tiefen Atmen noch ein bisschen. Und tiefen Atmen. Den Wechsel wollen wir jetzt nicht besprechen, wir nehmen jetzt einfach den anderen Arm nach oben. Du kannst auch die Arme drehen, aber das ist jetzt eher so, wo es darum geht, also auf den Handrechten, wo es eher um Verbindungen schaffen und Bewegungen geht und dort reindrehen, nach oben strecken und so weit strecken, wie das für dich haltbar ist und du atmen kannst. Menschen, diese Geschichten, diese Schrauben, wir müssen überwinden. So weitest du, kannst du beim Lüßen schlafen, damit mich jetzt noch nicht leicht befinden wir! So weitest du, kannst du beim Lüsen schlafen. Also ganz schön, wenn du beim Lüsen Dann noch die Oberschrecke. Wir gehen nochmal auf den Boden, die Füße lang, die Knie wie möglich so vorne zusammen, die Füße auseinander und es hilft, in die Wagen zu greifen und sich zwischen die Füße setzen zu wollen. Es kann sein, dass das Ganze hier endet schon, dass du hier die Spannung merkst, so je tiefer du kommst, es ist gar nicht so wichtig, wie tief du kommst, es geht einfach darum, das Ganze nur so einzufordern, die Füße gerade, nicht nach außen gedreht und wenn du hier unten sitzt, dann kannst du mit den Händen nach hinten gehen. Du kippst immer wieder das Becken mal aus dem Hohlkreuz heraus, lass es rund werden und du kannst auch mit den Ellenbogen und das Becken sauftheden, sodass du merkst, dass die Oberschenkel gestreckt werden. Und wenn du weiter nach hinten gehen möchtest, mach keinen, du musst den Kopf nach hinten, sondern versuch, eher den unteren Rücken auf den Boden bringen zu wollen und das Becken. Es kann sein, dass sich hier nicht sauftheden, muss aber nicht und das Becken ist aktiv in diese Richtung nach hinten und wenn das so liegt, kannst du auch den Kopf nach hinten und das Becken zieht weiter. Es geht immer wieder darum, die Oberschenkel zu dehnen, zu öffnen, die Fußgelenke und aktiv darin zu bleiben und zu atmen, schön Oberschenkel, die Front und Oberschenkel gedehnt, die Rippen ein bisschen rein, damit das Becken daran. Aber du kannst einfach das Ganze wieder sammeln sitzen. So, es geht immer wieder nur um die Oberschenkel. Zum Rauskommen kommt nichts irgendwie gerade, irgendwie so krumm raus, sondern solltest du hinten liegen, wenn du den Kopf hoch schaust, drückst du die Ellenbogen zur Seite, die Hände und versuch gerade hoch zu kommen. Um das nochmal zu sehen. Ja, also wenn du gehst, du versuchst dich rund, rund zu machen, rund zu machen, rund zu machen, rund zu machen. Dann gehen wir noch in die Diagonale, du drehst auf, der linke Arm geht nach hinten, der rechte Fuß streckt und die linke Hüfte versuch nach vorne zu schieben und in die Länge zu gehen. Ruhig mit der Hand an den Körper, versuch nicht unter dem Rücken zu hängen, schön das rechte Bein und den linken Arm strecken. Und das Brust, den Brustkorb heben, heben, heben. Arbeiten mit dem Arm, die Schulter, nimm die Schulter weg von den Ohren, strecken in den Fuß, atmen. Und zurück, rechter Arm, links Bein in den Fuß, den Brustkorb nach oben, in den Arm strecken, ruhig die Hand an die Rücken lenken, generieren. In den Fuß, in den Arm, nicht unter dem Rücken hängen, nicht sich dabei legen, sondern eher aktiv vom linken Bein in den rechten Arm versuchen, Länge zu machen. Ar Astra aus Rhodes, aus dem Rücken. So Rücken! Mal ein bisschen locker machen. Lass uns einmal kurz über den Körper gehen. Die Hände hinten an den unteren Rücken, Beine hinten runter mit den Händen. Von vorne, innen hoch bis zur Leiste, nach hinten und hinten hoch. Du nimmst den Weg über die Achse und gehst wieder an die Hübelsäule über den Kopf, die Stirn, die Nase, Lippen, Kinn, Hals, Brust, Bein, Bauch, Bauch, Nabel, etwas unterhalb des Bauchnabels nach hinten und hinten runter. Wieder vorne, innen hoch, vorne, innen hoch, nach hinten, den Umweg über den Kopf, diese Mittellinie bis unterhalb des Bauchnabels, hinten runter, vorne, innen hoch, hinten so weit hoch wie es dem möglich ist. Die Hübelsäule, Kopf, Gesicht, Hals, die Beine hinten runter, vorne, innen hoch. Und nochmals gleich von der anderen Seite, seitlich. In den Fluss beugend. Und dann kommst du hoch und links, als man die Linke auf das Schaumbach, die Hand und die rechte da drauf, weil du mit diesen drei Fingern, mit den drei Fingern, gar nicht mit dem Zeigefinger dauernd, die andere Hand hältst und die lässt locker. Und als Frau machst du das Ganze anders tun, mit der rechten Hand auf dem Schaumbach und die linke Hand da drauf. Die Füße neutral, die Knie gehen lassen und lass die Arme los, die Schultern los. Immer in Kontakt zum Boden, wenn du kannst, schließ die Augen. Und immer die Füße in Kontakt, die Fußgelenke, die Unterschenkel, die Knie, Oberschenkel und die Hüften. In Kontakt zum Boden, dann die Hände übereinander, die Unterarme, die Ellen, Handgelenke, Ellenbogen, die Oberarme und die Schultern. Dann geh mit dem Bewusstsein mal ins Becken, an den untersten Punkt vom Becken. In Kontakt zum Boden, in den Beckenraum, in den Bauchraum, in den Brustraum. Den Raumhals und den Raumhals, den Raumhals und den Raumhals und den Raumhals. Und dann mal den Körper als Ganzes. Den ganzen Körper auf einmal in Kontakt zu oben und dann den Atem, einfach der Atem, der im Moment gerade ist. Beobachten wir, wie der Körper jetzt atmet, den Atem beobachten, Atembewusstsein. Keine Atemkontrolle. Das Bewusstsein, dass der Körper atmet. Und mit diesem Atembewusstsein geh mal in diesen kleinen Raum innerhalb der Nase. Du gehst mit dem Bewusstsein in die Nase. Diesen kleinen Raum, vielleicht etwas da vor der Nase auch. Und beobachte mal durch den Atem. Und mit diesem kleinen Raum innerhalb der Nase. Und dann geh mit dem Bewusstsein mal hinter die Stirn. Und dann geh mit dem Bewusstsein mal hinter die Stirn. Vielleicht ist es auch Dunkelheit, vielleicht gibt es Lichterfahrung, Blitze. Das Bewusstsein hinter der Stirn. Jetzt nimm dich mal als Ganzes wahr. Das Bewusstsein von dir als Ganzes. Was das auch immer sein mag. Bewusstsein von dir als Ganzes. Mit dem Bewusstsein öffne mal da noch deine Augen. Du willst ganz besonders sehen. Einfach nur dich wahrnehmen. Und dann atmen wir tief ein. Tief aus. Lass die Hände los. Und wenn die Füße zusammen und die Hände gegeneinander. Einfach nur diese Berührung wahrnehmen. Von den Beinen, von den Füßen. Von den Armen am Körper. Und die Berührung zwischen den beiden Händen. Die Finger sind ganz sanft augenfächert. Und du wirst dir einfach nur bewusst dieser Berührung zwischen den Händen. Den Armen am Körper. Den Beinen. Knien, Unterständen und den Füßen. Okay. Viel Erfolg damit.